Ja, wir sind auf dem Weg zur Messe und ein paar Eindrücke wollen wir natürlich mitnehmen heute und deswegen haben wir euch natürlich mitgenommen. Aber wir sind in erster Linie heute privat da und deshalb gibt es auch nur ein paar kleine Einblicke. Schau mal, was wir so sehen. Viel Spaß! Ganz vergessen zu sagen, hier sind die Hausis, Tanja und Thorsten. Untertitelung des ZDF, 2020 Ob man die ausgebildet und dann drei Goldmütze bekommt? Du zahlst eine und wir werden freuen. Oder du zahlst eine und du gehst um und nimmst dir nicht. Ja, das waren jetzt nur ein paar wenige Minuten von der Messe. Nur ein wenig. Wirklich nur ein wenig. Wir haben ja vorher gesagt, dass wir nicht viel filmen werden, eventuell. Und ja, es ist wirklich so gewesen, wir haben nicht viel Zeit gehabt und haben wirklich die Zeit, die wir haben so genutzt, dass wir halt spielen, sprechen konnten. Aber filmen ist halt etwas zu kurz gekommen. Ja gut, wir waren ja auch nicht alleine unter WZ, wir hatten ja ein Freund von uns mit dabei. Genau. Und wir waren privat da. Und aber, bevor wir jetzt zur Messe wiederkommen, wollen wir nochmal zurückzwitschen an den Samstagabend. Genau. Also die Messe hat ja für uns in Anführungszeichen schon Samstagabend begonnen. Wir waren zwar da noch nicht auf der Messe, aber wir waren auf dem Blogger-Treffen zum ersten Mal für die Brettspiel-Blogger-Szene. Und ja, wir waren zum ersten Mal da und hatten eigentlich eine Menge Spaß, haben lauter nette Leute kennengelernt, sind echt toll aufgenommen worden. Ja, also als Neuling wurde man da schon sehr lieb aufgenommen in der Runde, in der wir da saßen, muss man schon sagen. Wir saßen jetzt mit dem Rücken, aber zu vielen anderen, die da waren, die wir also nicht sehen konnten. Da haben wir später dann noch welche gesehen, die wir, ja, wo wir gar nicht wussten, dass die auch da sind. Da hat man nochmal kurz miteinander sprechen können, aber hätte man natürlich vorher gewusst, dass die da sind, hätte man vielleicht nochmal eher sprechen können. Gut, aber das war auch jetzt da die Räumlichkeit bedingt, finde ich. Das ist eben halt in einem Brauhaus gewesen, am Rückenschreiter Straße. Da ist es sowieso laut gewesen und auch sehr verwinkelt. Man hatte halt keinen großen Saal mit einem großen Tisch, wo alle drumherum saßen, sondern es waren halt einzelne Tische. Wies sich nicht anders bewerkstelligen. Klar, dass man dann vielleicht nicht mit jedem sprechen konnte, leider. Leider. Aber wir haben viele nette Leute kennengelernt, die man halt vorher nur, ja, wir kannten uns vorher teilweise nur aus dem Internet, von Instagram oder halt auch von Twitter oder halt von YouTube. Und ja, an dieser Stelle schönen Gruß an Jan, Jasmin. Die Simone und Nico vor allem. Ja, und die beiden von Pivo Board Games, Jason und Janin. Die haben wir ja da zum Schluss auch nochmal kurz gesprochen. Und herzliche Grüße an dieser Stelle an euch alle. Schön, euch persönlich kennengelernt zu haben. Hat echt Spaß gemacht und freue mich vielleicht auf ein neues, balliges Wiedersehen. Ja, vielleicht ja nächstes Jahr wieder auf dem Blogger-Treffen. Wenn es wieder stattfindet, werden wir bestimmt auch kommen. Nicht bestimmt auf jeden Fall. Ja, und ansonsten, ich weiß gar nicht. Also es gibt ja auch, gibt es eigentlich auch ein Blogger-Treffen für die kommende Spielmesse, für die Spiel-Durch in Duisburg. Gibt es da auch schon Blogger-Treffen? Weiß ich nicht. Müsste man da mal nachfragen, weil finde ich auf jeden Fall toll, wenn man sich miteinander einfach mal, ja, dass man ein bisschen netzwerken kann, sich untereinander auch, ja, sprechen kann, kennenlernen kann, ein bisschen austauschen kann an verschiedenen Sachen. Und ja, finde ich eigentlich ganz gut so ein Blogger-Treffen. Und was ich ganz witzig fand hier, von Jan und Jasmin haben wir hier so Siegpunkte bekommen. Also das finde ich auch eine ganz interessante Promo-Aktion von euch. Ich glaube, ich habe gesehen, das haben auch andere Brettspiele, haben das auch. Ich weiß gar nicht, kann man da einfach mitmachen, wie das funktioniert. Steht da auf der Rückseite drauf. Wie das funktioniert, aber... Uns haben die Leute zum Beispiel gestern Abend überhaupt nichts gemacht, als wir an die Absacker-Runde Reise of Greenstone mit unserem Freund gespielt haben, der jetzt Nacht zu Gast war. Hätte ich doch eigentlich benutzen können. Ja, war doch nicht. Hätte ja trotzdem nicht gereicht. Hätte nicht gereicht, nein, stimmt. Aber jetzt springen wir... So fällig, wie wir von der Messe waren. Wir springen jetzt wieder. Wir wollten eigentlich... Also erst haben wir jetzt quasi über ein Blogger-Treffen von Samstagabend gesprochen. Und ja, und am Sonntag sind wir schon sehr früh aufgestanden, weil wir eigentlich früh zur Messe wollten, weil wir auch früher zurück wollten, weil wir ja ein Hund, ein Hündchen zu Hause haben und den auch nicht so lange alleine lassen wollten. Und ja, aber man muss schon sagen, wir hatten ein ziemliches Zeitproblem. Ich fühlte mich auch gestern nicht ganz so gut, also muss man auch dazu sagen, ne? Also fit war ich irgendwie nicht. Nö. Nö, ich war nicht so wirklich fit. Und deswegen haben wir auch nicht so viel gefilmt. Also nicht nur aus Zeitmangel, sondern einfach, ja, ich fühlte mich nicht so. Und wir hatten einige Punkte uns vorher zurechtgelegt, was wir alles machen wollten am Sonntag, was wir uns anschauen wollten. Und wir haben nicht alle Punkte abgrasen können oder alles schaffen können. Alles an einem Tag geht sowieso nicht. Man hat schon Abstriche bei der Auswahl gemacht, aber auch da sind wir leider nicht so durchgekommen, wie wir es gerne gewollt hätten. Es gab auch tatsächlich zwei, drei Spiele, die ich nur im Vorbeigehen gesehen habe, wo ich mich gerne mal mit mehr beschäftigt hätte. Und zwei Titel habe ich selber so leider gar nicht gesehen, obwohl sie da hätten sein sollen. Entweder habe ich sie übersehen. Ich denke mal. Oder vielleicht waren sie auch schon ausverkauft. Wer weiß. Also ich denke mal, wir haben vieles übergesehen, weil wir einfach nur teilweise da rausgerauscht sind. Und ja, das war so ein bisschen. Aber fürs nächste Mal nehmen wir, planen wir ein bisschen mehr Zeit. Auch jetzt für die nächste Messe, die hier in Duisburg stattfindet, werden wir bestimmt auch ein bisschen mehr Zeit einplanen, dass wir da ein bisschen ausführlicher und gemütlicher alles machen können. Wenn man wirklich nur so ein paar Stunden Zeit-Content hat, Kontingent, wie heißt das? Zeit-Kondi? Wenn man nur eine bestimmte Zeit hat. Ja, Zeitpuffer hat. Wenn man nur einen bestimmten Zeitpuffer hat, schafft man einfach nicht alles. Vor allem, wenn man sich auch noch unterhält. Und wir haben sehr, ja, freundliche, nette Gespräche gehabt. Genau wie am Samstag war, am Sonntag auch schön. Konnte man sich hier und da auch gut unterhalten. Hat natürlich nette Kontakte knüpfen können. Und ja, bei einem Spiel sind wir tatsächlich dann auch noch versackt. Da haben wir bei Hans im Glück Verlag, da bin ich ja eigentlich sehr gerne bei den Spielen immer. Ich bin da so ein kleiner Fan. Und man sieht es ja hier, ich habe ja die ganzen Carcassonne-Spiele und so. Wir sind ja auch von Hans im Glück Verlag. Da habe ich ja einiges. Und da haben wir uns das Spiel, wie heißt das? Hadara. Hadara, ja. Hadara haben wir uns angeschaut. Und hat Spaß gemacht. Und wir haben dann mit einer anderen Person, die wir da an dem Tisch getroffen haben, die hat gefragt, ob wir zusammenspielen wollen. Anja hieß sie, falls du das siehst. Schöne Grüße. Und ja, wir haben mit ihr gespielt. Und irgendwie sind wir versackt. Und man wollte eigentlich das Spiel vielleicht nur anspielen. Und wir haben das komplette Spiel gespielt. Und das ist, wenn man wirklich nur ein paar Stunden Zeit hat und auf einer Messe geht. Ein ganzes komplettes Spiel zu spielen, ist einfach too much. Es spricht aber für das Spiel. Es spricht für das Spiel. Man wollte jetzt wissen, wie funktioniert es. Man wollte wissen, wie es geht weiter. Wie geht es weiter. Wir wollten uns das anschauen genauer. Aber normalerweise, ich glaube, früher haben wir viel mehr angespielt nur. Und gucken, gefällt uns die Mechanismus, gefällt uns die Art ans Spiel. Aber man hat sonst halt einen anderen Zeitpuffer gehabt. Dafür sind wir aber auch dann mit weniger netten Gesprächen aus der Messe rausgegangen. Stimmt. Also diesmal haben wir da natürlich dann auch, es ist natürlich auch was anderes, wenn man mit einer anderen Person mal wieder spielt. Man spielt ja oftmals auch mit vielen gleichen Leuten, die man schon kennt und auch von der Spieltaktik kennt. Oder zu Hause sowieso. Wenn man mit fremden Leuten spielt, dann ist es ja so, man kann auch die Spieltaktik nicht sofort einschätzen und guckt erst mal, wie spielt der andere. Und ja, also das war eigentlich, muss man sagen, trotzdem war es natürlich schön. Aber am Ende habe ich mich trotzdem geärgert und gesagt, Mensch, jetzt haben wir so viel Zeit beim Spielen verbraucht und wir hatten halt nicht mehr die Zeit, andere Sachen anzutesten. Also da fehlte einfach die Zeit. Nächstes Mal müssen wir wirklich länger da sein, öfters da sein. Einfach alles mal ein bisschen anders planen. Und ja, das war so unser Wort zu dem Tag. Aber wir haben natürlich auch ein paar Spiele mitgenommen. Ja. Und wir haben jetzt ein Tütchen. Das war jetzt eine Mischung zwischen, ja, wir haben ein paar Schnäppchen gemacht. Also wir sind auch so kleine Schnäppchenjäger, muss man schon sagen. Das kochen uns gerne künstliche Spiele. Ja, ne? Wir gucken auch, was gibt es so gerade noch so im Krab. Verkauf oder was kann man sich noch gerne anschauen. Und manchmal ist es auch viel zu schade, irgendwie Spiele, die man selbst gleich noch nicht kennt, wenn die dann, ja, also es lohnt sich dann schon, für wenig Geld auch mal so Spiele auszutesten einfach. Da ist jetzt nicht, dass man, wie soll ich sagen, man gibt das Geld nicht umsonst aus. Also wenn ihr überlegt, ja, überlegt doch mal. Heutzutage, wenn ihr ins Kino geht, was kostet denn heutzutage im Kino? Mittlerweile pro Person 15 Euro. Wahrscheinlich nur ein Dreh. 15 Euro. Dann habt ihr einen Spaß von zwei Stunden pro Person. So, wenn ihr zu zweit ins Kino geht, zahlt ihr 30 Euro mittlerweile. Je nachdem, was für einen Film man geht. So, und wenn man sich so ein Spiel kauft, hat man natürlich viel mehr Zeit und viel mehr, ich rede wieder irgendwie. Du bist, glaube ich, ein bisschen erschöpft von der Hesse, Schatz. Vielleicht bin ich noch erschöpft von gestern. Ich rede von Hüpfchen auf Stöpfchen. Das hat ja eigentlich gar nichts zu tun. Aber, ja, theoretisch könnte man sowas alles rausschneiden. Ich weiß noch nicht, wenn ich gleich das hier bearbeite, dann überlege ich mir das noch. Ich weiß auch nicht, wie die Lichteinstellungen sind. Weil wir zum Teil auch das natürliche Licht reinkommen lassen. Aber ich schwenke schon wieder ab. Sag doch mal was. Sag doch mal, Tanja. Ich komme ja überhaupt nicht zu Wort. Ach, du kommst nicht zu Wort. Okay, das wollen wir nicht. Dann darfst du gleich mehr zu den Spielen sagen. Wollen wir das mal auspacken, was wir hier haben? Ja, lass mal gucken, was die Feindes mitgenommen haben. Genau. Fangen wir erst mit Kleinigkeiten an, die ich so ergreifen kann. Fangen wir mit Kleinigkeiten an. Ja, also wir waren ja auch bei Heidelbeer Games an dem Stand. Haben uns da sehr nett unterhalten. Liebe Grüße mal an der Stelle. Und, ja, wir haben hier so ein paar Spiele auch mitgenommen, die wir einfach mal uns anschauen wollen genauer. Und, ja, da gibt es dann auch jetzt so Unboxing. Und natürlich werden wir uns die Spiele auch anschauen. Und ihr bekommt natürlich unser Format, ein Spiel, zwei Meinungen. Ja, und, ja, jetzt schauen wir erst mal, was wir denn hier in unserem Kästchen haben. Genau. Wir haben einmal Similo mit den Märchenfiguren als Edition. Das hat uns der Herr sehr nett erklärt vom Heidelbeer Games. Es ist ein Deduktionsspiel. Ein Spieler ist ein Tippgeber, muss mit diesen Karten, wo Märchenfiguren drauf sind, immer eine Karte aus seiner Hand ausspielen und sagen, ob es eine Gemeinsamkeit mit ausliegenden Märchenkarten gibt oder eben nicht. Er muss sich vorher eine Figur raussuchen, die er von den anderen Mitspielern erraten bekommen haben möchte. Ja, es ist auch für mehrere Leute. Da sind wir mal gespannt, was das ist. Da haben wir noch ein zweites Spiel. Genau, da gab es ja zwei Themen. Genau. Einmal Märchen und das andere war... Das zweite ist Geschichte, das gleiche Spielprinzip, nur eben halt mit Geschichtswesen und Menschen aus der Geschichte, Persönlichkeiten rund um die Geschichte der Menschheit. Und, also wir haben es angespielt mit dem Herrn zusammen. Es hat echt Spaß gemacht. Mir gefällt auch das Artwork sehr schön. Da werden wir auf jeden Fall nochmal genau in einem anderen Video drauf eingehen. Genau. Dann schauen wir mal weiter. Ja. Willst du was zu sagen? Das ist jetzt ein Spiel, das haben wir vom Krabbeltisch... Schatzkiste. Das ist eine Schatzkiste. Das ist eine Schatzkiste. Ja, das ist eine Schatzkiste. Genau, das ist ein Piratenspiel. Ich glaube, deswegen haben wir es auch mitgenommen. Ein Piratenthema interessiert uns auch. Und das haben wir für... Ich zeige mal. Ja, fünf Euro mitgenommen. Und für fünf Euro macht man eigentlich nichts Falsches, wenn man so ein Kartenspiel mitnehmen möchte. Ja, also ich habe mal Spaß gehabt und dann auch bei Amazon mal geguckt, was man dafür bezahlen würde, wenn man es ganz normal erstellt. Da lag der Preis hier, wo man es kauft, irgendwie auch zwischen 10 und 15 Euro tatsächlich. War daher also schon sehr günstig. Und ich bin darauf gespannt. Es ist klassisch 17 und 4 oder knapp 21 Schwimmen, wie man auch immer das sowas nennen möchte. Ja, da habe ich früher viel gespielt. Ich bin mal gespannt. Das lässt sich wahrscheinlich dann schnell runterspielen. Der Clou dabei ist, dass angeblich die Piraten Sonderfähigkeiten haben, wo man sich gegenseitig dann die Werte wahrscheinlich ändern kann. Also, ich bin mal gespannt. Einmal das. Was haben wir als nächstes? Ein etwas dickerer Karton. Ja, da sind wir auch... Auf den freue ich mich persönlich sehr. Ja, da sind wir auch sehr gespannt. Da gibt es auch Figürchen, die wir anmalen können. Ja, von dem Spiel Volt haben wir ja auch schon hier und da mal was von gehört. Und ja. Ist ja letztes Jahr bereits schon einmal rausgekommen. Und ich selber habe es dann erst gesehen heute im März auf der Spieldoch in Duisburg. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, dass wir das auch mal uns dann auch genauer anschauen. Auch da machen wir auf jeden Fall mal ein Video von. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber jetzt holen wir das so lange hin. Stellen wir das mal. Legen wir das mal hier hin. Passt ja irgendwie alles hier schön in die Mitte. Im Übrigen, die beiden Kartenspiele hier, die sind auf der Spielemesse neu rausgekommen auf Deutsch. Ja, genau. Da haben wir ja auch ein Foto gemacht, wie das präsentiert war auf der Messe. Und das nächste. Ah ja. Auch wieder ein Spiel, das wir vom Grappeltisch mitgenommen haben. Schatzkiste. Mein Schatz. Ja, Schatzkiste. Haben wir auch aus der Schatzkiste mitgenommen. Nicht über so Abwehr, denn du sagst, Grappelkiste. Ja. Da kann man richtig schöne Schätze finden. Ja, okay. Schatzkiste. Wir haben es aus der Schatzkiste. Passend, ja. Nottingham ist natürlich auch so ein Thema. So etwas mögen wir ja eigentlich. Alles, was mit so in der Richtung zu tun hat. Und das ist jetzt ein Spiel, das hat auch nur... Was muss man gucken? Ja. Was haben wir bezahlt? Doch, 2,50 Euro, ne? Ja. Habe ich auch schon im Online-Handel gesehen. Irgendwie um die 5 Euro ohne Versand. Also auch von daher schon ein kleines Schnäppchen. Ja. Ist von der Optik her, was man auf der Rückseite sehen kann, eigentlich ganz schön. Vielleicht kann man es ein bisschen erkennen, trotz von der Rolle der Verpackung. Ist von Uwe Rosenberg, ne? Genau. Kennt man ja. Regelwerk selber kenne ich jetzt noch nicht. Aber ich freue mich drauf, wie Tanne schon sagte, generell so ein Mittelalter oder Fantasy-Settings mag ich ja persönlich sehr gerne. Ja, und... Das kann ich nichts verkehrt machen. Ja. Dann schauen wir mal weiter. Langsam wird es Licht im Dunkeln. Ah ja. Die letzte. Die letzte. Der letzte. Oh, eine schöne Tüte. Eine schöne Tüte. Ja, genau. Eine schöne Tüte finden wir auch, ja. Die sind auch sehr stabil, muss man sagen. Ja. Die fangen auch einiges ab. Aber, ja, das ist ein Wörterspiel. Da bin ich ja mal gespannt, wie das ist. Also, da steht jetzt auch drauf, ist auch ein Solospiel, also Solospiel war. Ein bis vier Spieler. Kann man also auch alleine spielen. Mit 30 Minuten angegeben, ab 10 Jahre. Wird also auch ein zugängliches Spiel sein, oder haben wir uns sagen lassen. Ist auch auf das Spiel jetzt neu rausgekommen, in Deutsch. Ja, gut familientauglich auf jeden Fall. Und, ähm, ab 10 Jahre. Ja, das war dann das Spiel. Und, das war jetzt unsere kleine, ja, Ausbeute von der Messe. Wie ihr seht, wir haben jetzt nicht kistenweise mitgenommen. Aber, wie gesagt, wir waren auch nur, wir waren auch nur ein paar Stunden da. Und, ähm, ich glaube, wenn wir ein paar Tage mehr gewesen wären, dann hätten wir bestimmt auch viel mehr hier und da mitgenommen. Ein paar, auch einige Titel, die uns so persönlich sehr interessieren. Aber, schafft man einfach nicht. Nee, auf einem Tag ist einfach zu viel. Ist einfach zu, ja, ist einfach zu viel. Und, ähm, ja, wir haben unseren Tag auch, haben wir ab dir vielleicht schon, ja, gerade im Vorspann habe ich es vielleicht schon eingeblendet. Wenn nicht, blende ich es jetzt mal ein. Wir haben, ähm, wir haben noch in, am Freitagabend, haben wir noch in der, so einer Last-Minute-Aktion, haben wir dann noch Buttons fertig gemacht. Ja, ich habe so eine kleine Button-Maschine und da haben wir uns so kleine 25 Millimeter Buttons gemacht mit unserem, ups, mit unserem Logo. Und haben wir auch hier und da auf der Messe verteilt. Auch beim Blogger-Treffen ein bisschen. Und, ähm, ja, es ist eigentlich, ist eigentlich eine ganz witzige Sache mit den Buttons. Du sammelst ja auch Buttons, ne? Ja, alle kommt auf jeden Fall mit auf meine Tasche. Genau, jetzt haben wir unsere eigenen Buttons. Und, ähm, ja, unsere T-Shirts sind auch gut angekommen. Also, da wurden wir auch öfters drauf angesprochen in der Messe. Also, hier nur noch ein Spiel, ne? Also, ich meine, diesen Spruch kennt man einfach. Ist ja, äh... Geht wie jedes Jahr auf der Messe so. Noch ein Spiel, eins geht noch. Genau, also, wie wir schon in einem Video gesagt haben, man kann es ja mehr, mehr stelle ich, äh, mehr stelle ich. Man kann es ja verschieden interpretieren. Oh Gott. Bisschen wenig Schlaf gehabt, ne? Ich weiß nicht, ja, das war vielleicht, ja. Wir haben heute frei, es ist Montag und, ähm, eigentlich... Goldener Oktobertag. Goldener Oktobertag, ne? Und, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss gleich mal ein Stück Schokolade haben. Dann kann ich mich bestimmt besser konzentrieren und rede nicht so viel Stuss hier. Wer einer von euch lacht, ich kriege das mit. Ich lache vor euch mit. Ja, super. Ja, dann haben wir darüber gesprochen, über Spiele, über unsere Wattens, über unser T-Shirt. So, das war eigentlich unser, so, unser Wochenende, ne, zum Thema Spiel. Und, ähm, wie gesagt, wir haben jetzt, ja, nicht ganz so viel Filmmaterial, aber ein kleines, ja, ein kleiner Rückblick jetzt. Einfach nur der kleine Eindruck. Ein kleiner Eindruck, kleiner Eindruck von uns, von unseren Spielen, die wir jetzt in der nächsten Zeit austesten werden. Und, ähm, natürlich auch erstmal mit euch zusammen auspacken werden. Und, ähm, ja, wenn ihr Fragen habt oder wenn irgendwas ist, immer unten in die Kommentare. Wie war denn die Spielmesse für euch? Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich jetzt, wie wir Sonntag drüber gegangen sind, das nicht ganz so voll empfunden habe, wie ich jetzt das suggeriert bekommen habe, durch die Berichte von den Vortagen, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ja, aber ich denke mal, dass viele dann die ersten Tage waren und, ähm, ne, also wenn man schon zwei Tage war oder so, vielleicht geht man da am dritten oder vierten Tag nicht unbedingt hin. Ne, also manche müssen vielleicht auch arbeiten. Ähm, oder die haben sich viele, ich kenne auch einige, die halt dann samstags waren und sonntags nicht, weil sie halt dann sonntags die neuen Spiele geprobiert haben, ne. Ja, das haben wir ja auch schon gehört, hier und da. Ja, das war's für heute. Wir haben ja wieder viel geredet, ich hab heute viel geredet. Wir sagen Tschüss, die Haue, sie ist Tanja. Und Thorsten.